Seid gegrüßt, liebe Imperianer, liebe Empire-Freunde, es ist endlich soweit. Wir haben die Burgenfolge 70 erreicht und neben mir sitzt ein ganz besonderer Burgherr, Amazing Scorpion. Guten Abend. Guten Abend oder guten Morgen oder wann immer ihr auch diese Folge seht. Ja, viele haben sich gewünscht, in dieser Folge dabei zu sein. Ein paar haben es geschafft. Lieber Cheetah, ganz am Anfang muss ich dir leider sagen, ich habe heute nicht mehr die Möglichkeit gehabt, jemanden zu finden, um in den Spiele-Affes-Server zu kommen. Ich habe aber ein paar Anfragen für eine Folge auf dem Spiele-Affes-Server bekommen und ja, ich bin am überlegen, ob ich mir da vielleicht eine kleine Burg oder so mache. Ich bin ja sonst immer über die 12-Play-Burg reingegangen. Die ist ja eine ganz bekannte Burg da auf dem Spiele-Affes-Server. Ja, heute leider nicht die Möglichkeit gehabt. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann dir jetzt schon mal versprechen, beziehungsweise ich gucke mal ganz schnell darüber. Wirst du denn das nächste Mal wieder dabei sein, wenn wir den Cheetah zeigen? Können wir machen. Cool. So, wir werden jetzt heute gemeinsam, ähm, also der, also ich, die Leilani und der Amazing Scorpion werden sich eure Burgen ansehen. Finde ich sehr cool und wir sind schon bei der ersten Burg und zwar beim Freiherr Florent Adventure. Level 54 R, 197, die Strategen. Was bist du denn? Ein Kriegs-Marschall. Wow. Und ich sehe schon direkt den ersten Sechser-Außenposten, äh, Achter-Nahrungs-Außenposten. Pardon. Jetzt habe ich ja Gott sei Dank jemanden dabei, der meine Fels ein bisschen so mit beobachten kann, ne? Ja, erzähl, du bist heute gefragt. Ja, was soll ich großartig zu der Burg sagen? Einzigste ist, ähm, später die Wohnhäuser würde ich kürzen. Das sind zu viele, genauso wie Steinbrüche und Holzfäller. Aber sonst ist die Burg doch sehr ordentlich angeordnet. Finde ich auch, finde ich auch. Die Bäckerei Stufe 3, äh, hier steht ein Lazarett drin. Die Stallungen könntest du vielleicht später nochmal irgendwann ausbauen. Ähm, den Übungsplatz, den könntest du später nochmal ausbauen, weil wenn wir dann nämlich Level 70 sind und ins Feuer gehen, dann wird es ja für uns richtig interessant, was die Rubine betrifft. Ähm, ich kann euch schon mal sagen, der Hühnchen-Humpa aus meiner Ali, ja, den habe ich ja auch schon mal gezeigt, in irgendeiner Burgenfolge so um die 20, der macht wirklich tausend, also 1K Rubies an einem Tag, wenn er möchte, nur, ähm, ja, durch die ganzen, äh, Türme, aber auch durch die Festungen. Und, äh, wirklich 1K Rubies, Leute. Überlegt mal, wie schnell ihr da so eine Bäckerei auf Stufe 4 habt oder so einen Übungsplatz auf Stufe 3. Also, wenn ihr da wirklich rangeht, dann, äh, könnt ihr das auch schaffen. Wir schauen uns mal die APs an vom Florent Adventure. 2x 8er-Nahrungs-APs und 1x 6er, sehr geil. Schauen wir mal, ob du da auch schon die Bäckereien so hoch hast. Okay, der ist noch nicht ganz so hoch, der AP. Keine Bäckerei drin, so wie ich das sehe. Hier baust du gerade einen Schlosspark. Ja, wolltest du was dazu sagen? Ja, ich würde die Leute einfach nur sagen, dass die, diese ganzen, ähm, Lazarette, Trotzburgen, Trotzburgen, alle weglassen sollen. Trotzburgen. Das ist, ähm, der größte Schwachsinn. Ja, jetzt mittlerweile nach dem Update kann man die ja wieder abreißen. Egal, wie groß die sind, finde ich ganz cool. Ähm, die Trotzburgen, die bringen nix. Wirklich, 15 Soldaten. Die nehmen nur Platz weg. Okay, wenn man noch nicht alles ausgebaut hat hier. Ich meine, du hast ja die, die Schlossparks noch vor der Brust hier, ne? Muss die Parks noch, ähm, noch austauschen. Das ging bei mir Gott sei Dank ruckzuck. Aber das hat wahnsinnig viele Rohstoffe gefressen. Und ja, gerade bei so einem Achternahrungs-AP, da hat man ja nicht so viel Produktion. Und wenn man auch noch drei Nahrungs-APs hat, dann ist sowieso schwierig mit der Produktion. Dann produziert man eigentlich nur volle, volle Suppe in der Hauptburg. Und ja, also da ist man wirklich stark auf seine Alli angewiesen. Gerade in so einem Level, wo man dann, äh, ja, die Türme hochbauen muss. Und die Parks, in Schlossparks umwandeln. Aber nachher, glaub mir, lieber Florent Adventure, wird's alles viel einfacher. Jetzt im Moment konzentriere ich mich so ein bisschen auf die Forschungen. Und, ähm, ja, hab auch wieder genug Rohstoffe. Jetzt gehen wir mal zu dem Sechser. Ich hab ja auch zwei Achter und einen Sechser. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Was hast du denn so für APs? Ja, ich hab drei Achter Glitzernahrung. Und, ähm, ja, ich bin da komplett ausgebaut. Ja, du hast ja die 70er. Mit der 70er Burg, mit dem Aufstieg zu Level 70, da bin ich ja eigentlich bekannt auf YouTube geworden. Ähm, war mir eigentlich so dessen gar nicht bewusst, dass ich eigentlich so die Erste bin, die dieses Video dann hochgestellt hat. Hier bist du auch noch nicht ganz ausgebaut. Ähm, ich weiß, wie kacke das ist, wenn man so drei APs gleichzeitig hochpushen muss. Also, das ist wirklich, ja, hat man nicht leicht, ne? Also, hier aber, ich will auf jeden Fall jetzt schnell die Mühle auf drei bauen, ne? Und dann hast du ja auch noch die Türme hier vor der Brust. Also, würde ich erstmal die Türme machen. Das Wichtigste ist immer, ihr müsst versuchen, zuerst die Grundfläche komplett zu bauen, dann die Türme und dann das Innenleben. Ja, so wie bei mir jetzt im Sand, wenn ihr da mal gucken wollt, da bin ich jetzt mit dem letzten Turm dran. Obwohl, wenn ihr das hier seht, dann habe ich die schon längst noch 30 Minuten, dann habe ich nämlich den letzten Turm ausgebaut im Sand. Ja, wir gehen zum dritten AP. Oh, guck mal hier, hier ist noch einer auf zwei. Hey, kann das sein, dass du die alle irgendwie, kann das sein, dass du umgezogen bist und die die alle irgendwie gleichzeitig geholt hast? Weil die sind auch noch nicht so ausgebaut. Welches Level bist du? 54, da kannst du eigentlich alle Flächen schon ausgebaut haben. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass du wirklich gerade in der Misere bist und alle drei gleichzeitig irgendwie eingenommen hast und alle drei versuchst, gleichzeitig jetzt hochzupushen. Ja, ist nicht einfach. Lieber Florent Adventure, vielen Dank, dass wir deine Burg ansehen durften. Ich hoffe, du hast dich gefreut, dass wir das in dieser besonderen Folge hier gemacht haben. Wir haben noch ganz viele Leute, die gezeigt werden wollen. Unter anderem gehen wir auch gleich auf einem anderen Server, aber das machen wir ganz zuletzt. Wir gehen jetzt zu Habicht88 und Habicht ist auch einer der wirklich treuen Seelen hier bei mir auf dem Kanal und bei Empire. Und deswegen, Ehre, wem Ehre gebührt, habe ich ja in letzter Zeit auch schon lange gesagt. Deswegen wirst du heute auch gezeigt, du bist nicht auf dieser Koordinate. Oh, da vorne muss eine 2 hin. Ich dachte gerade schon, wo Habicht, deine Burg hat sich aber verändert. Da ist doch Habicht. So, ich gehe mal ganz schnell eben Münzchen abholen. So, ich immer und mein Geld, ne? Das ist Wahnsinn, ey. So, Burg Habicht88, Landgraf, Level 45, Ehre 716, Trojaner, XXX, 1X oder so. Was ist denn das für eine Zahl? Ich habe auch keine Ahnung von römischen Zahlen. Okay, wichtig sind die Hauptburgen. Habt ihr nicht auch eine Trojaner? Wir haben auch Trojaner da drüben auf dem anderen Server. Oder? Oder bin ich jetzt schon so in diese Welt hier drin, dass ich das meine? Nee, bei uns gibt es keine Trojaner. Okay, möchtest du erzählen? Also da auch wieder, da ist die Feuerwache. Die kann man sich sparen, weil es nur rausgeschmissene Rubine. Guck mal, was hier steht. Ja, okay, die Rubinmine. Ich weiß nicht, ich habe sie nie gehabt. Als ich angefangen habe zu spielen, da gab es die noch nicht. Ne, stimmt. Und ich weiß nicht, ob die sich lohnt. Da kann ich nichts zu sagen. Aber wie gesagt, hier die ganzen Feuerwachen und Lazarette, also die würde ich weglassen. Die Rubine kann man besser woanders investieren. Okay, ja, hast du ja auch schon, Bäckerei Stufe 2. Man muss dazu sagen, dass manche Allianzen hier wirklich drauf pochen, dass man sich sowas reinstellt. Also das ist wirklich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Andere Server, andere Sitten. Bei uns drüben würde sich niemand so ein Ding reinstellen. Es sei denn, die sind irgendwie in so einer Allianz, die sich gerade irgendwie neu aufbaut oder so und die es nicht besser weiß. Aber ich sage schon bei uns drüben, bei dir drüben. Bei mir drüben. Bei dir drüben. Ja, bei mir drüben auf den Server, da wird man kaum sowas finden. Also die großen Allianzen oder die großen Burgen, die starken Allianzen, da wirst du nirgendwo eine Feuerwache sehen oder ein Lazarett. Die haben ihre Sachen auf das Minimale ausgebaut und sind nur für Nahrung. Genau, richtig, die sind so auf Nahrung fixiert. Nahrung und öffentliche Ordnung. Richtig, also da hast du wirklich auch so eine Belagerungswerkstatt, beziehungsweise eine Verteidigungswerkstatt in einer Burg. Und von dieser Burg aus schicken die sich das überall rein, damit die ja so ein bisschen Platz sparen hier und da wirklich dann auch noch... Und jetzt die Rubin-Spieler, die haben die nicht mehr drin, weil Verteidigungswerkzeug kann man sich ja auch per Rubine kaufen. Genau, wenn die Dinger hier sind, hier vorne. Wie heißen die nochmal? Der... Der Waffenhändler, oder? Ja. So, lieber Habicht, was zeigt mal deine APs? 2x6er, boah, ich hab... Am Anfang hab ich immer so viele Burgen gezeigt, die hatten nie irgendwie Nahrungs-APs. Und jetzt, ey, ich glaub, ihr seid doch wirklich richtig stolz darauf, mir das zu zeigen, diese Nahrungs-APs. Voll cool. Ja, schön. Eine Flächenerweiterung noch und dann kannst du dir erstmal so ein bisschen an die Füße spielen, denn dann kommt als nächstes erstmal hier die Türme. Lass mal kurz gucken. Ja. So ein bisschen musst du noch warten. 52 geht's los. Mit den ganzen Sachen auf Stufe 4 und ich glaub 53 kommt dann hier der Bergfried oder irgendwie so weit. Also, ne? Also viel Spaß dabei. Ich hoffe, du hast eine gute Allianz. Aber die Trojaner, ja. Die werden dich gut versorgen. Gut, dass du die Wohnhäuser nicht fett ausgebaut hast hier, denn die wirst du, denke ich mal, irgendwann sowieso abreißen. Ich schau mir mal die nächsten Außenposten an. Ich muss die ganze Zeit heute, den ganzen Tag daran denken, weil ich weiß ja, dass wir jetzt die Folge aufnehmen, wie wir so angefangen haben mit dem Spiel. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ne, ich kann mich da noch genau dran erinnern, wie wir auf der Couch saßen und der Pico gesagt hat, Mama, wenn ich heute in die Schule gehe, kannst du mal das und das und das bei der Burg dann machen? Da wird was ausgebaut, das ist dann fertig und kannst du dann bitte das nächste ansetzen? Und da habe ich so einen Spaß gehabt da dran. Und irgendwann hast du das dann auch übernommen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, ne Louis, das ist ein Kriegsspiel, das ist nichts für dich, nur um dem die Burg abzunehmen. Ey, Geier. Und dann haben wir beide uns erst die Burg geteilt und erstmal haben wir gesagt, wir investieren da rein gar nichts, ne? Und dann, ey, dieses Spiel-Edit verfolgt uns jetzt schon so lange. Ja, Belagerungswerkstatt baust du hier gerade aus. Der AP, der hat noch keine Deko bzw. keine nennenswerte Deko. Diese Sachen wirst du dann irgendwann alle mal wegpacken. Die Wachhäuser dann irgendwann nochmal auf vier ausbauen. Das kannst du in deinem Level, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt schon machen. Und, ach, guck mal, wie süß hier die Vereinzelten. Ja, die dann noch alles schön hochpushen. Ich denke mal, so lange wirst du den AP noch nicht haben. Und jetzt schauen wir mal den Stein-AP, ob du da viel investiert hast. Da kann man dann immer leicht sehen, oh ja, der ist schon ziemlich groß. Hier stehen sechs Wachhäuser drin. Das ist ein bisschen viel. Da kannst du locker zwei rausnehmen, denn wenn du irgendwann dann mal die Wachhäuser auf vier hochbauen kannst. Ich glaube, die kannst du ja erst beim Architekten machen. Ja, obwohl Wachhäuser ist immer so eine Sache. Ja, Wachhäuser sind eigentlich nur gut für Sabotagen. Aber eine Spionage ist immer Glückssache. Ich mache Spionagen, die haben 200 und Wachen drin. Die gehen durch. Und manchmal fallen Spionagen auf, die haben 50 Wachen und ich werde erwischt. Also das ist immer eine Glückssache. Das Einzige, wo die dich wirklich ein bisschen gegen schützen, ist gegen Saboteure, dass die erwischt werden. Weil gute Sabotagen können dir auch deine Burg eich hohen Schaden anrichten. Ja, ich hatte das heute zum Beispiel, ich habe heute jemanden ausspioniert, da war das Risiko erwischt zu werden. Ich gehe immer auf 100 Prozent und ich denke mir dann, ja gut, wenn sie mich erwischen. In Kriegszeiten machen wir das sowieso nicht. Aber weißt du, wenn er mich jetzt erwischt hätte heute, dann hätte ich gesagt, Jolo, ich wäre trotzdem losgegangen. Ist halt nur immer praktisch, wenn man weiß, wie viele Werkzeuge man mitnehmen muss. Deswegen habe ich vorher eine Spionage gemacht. Risiko erwischt zu werden war 20 Prozent und die ist innerhalb von sechs Minuten zu Hause gewesen wieder und hat mir dann die Spionageergebnisse gebracht. Also Jolo, 20 Prozent. Der hatte wirklich einiges an Wachhäuser drin und ja, ich bin trotzdem durchgekommen. Also das ist früher, als wir angefangen haben zu spielen, ja, da gab es die Sabotagen noch gar nicht. Da gab es, waren diese Wachhäuser wirklich nur gut für, gegen Spionagen und ja, ich sage ja, ich habe da, ich kann das immer nur wieder erzählen. Wir haben da damals mal mit unserem König King Nitromo, haben wir damals mal, den haben wir so verarscht. Boah, weißt du noch, wie viele Wachhäuser der hinterher bei sich in der Burg drin hatte? 256 Stadtwachen hatte der, glaube ich, gehabt. Und wir haben ihm seine eigenen Spioberechte vor die Nase gelegt. Richtig. Und der konnte das gar nicht glauben. Nee, der konnte das nicht glauben. Der meinte sogar, das wäre manipuliert, aber war es nicht. Lieber Habicht, wir flüstern hier lockerflockig hier aus dem Nähkästchen, während wir über deiner Burg schwirren. Oh, guck mal, hier ist HSV. Ja, sorry, aber wenn da nicht MSV steht, ist klar, dass das eine Ruine wird. Nein. Da kann er eh bald absteigen, HSV. Da dachte er sich YOLO. Ja, das heißt doch schon geworfen. Da dachte er sich YOLO, ich bin dann mal weg. Nee, schön. Also die Burgenfolger, die habe ich mir jetzt auch irgendwie kein Zeitlimit oder so gegeben, genommen. Ja, wenn der Amazing schon mal da ist, dann können wir auch ein bisschen quatschen, habe ich mir gedacht. Jetzt kommen wir zu einem ganz, 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 ganz lieben Spieler, wo ich mich wirklich freue, dass ich den heute in der Burgenfolge zeigen darf. Äh, falsch. Lieber Ice Cream, du bist dran. In letzter Zeit habe ich nicht so viel von dir gehört, aber, ähm, naja, ich weiß auf jeden Fall, dass du da bist und vielleicht nimmst du auch ein bisschen Rücksicht, weil du ja genau weißt, dass ich so viele Mails bekomme und so. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn du nur schreibst, hi. Oh. Großfürst Ice Cream ist bei den Samurai. Level 49 R903. Genau. Jetzt blinzelt es da wieder in meinem Köpfchen. Samurai. Wuhu. Ja, Baby, hier, guck dir mal so eine Samurai-Burg an. Ich quatsche ja oft von denen, ne? Guck mal hier, Ice Cream. Guck dir die Burg an. Sag mal was dazu. Ich will es auch haben. Ja, ist auch eine, ähm, schön aufgeteilte Burg, aber wiederum die gleichen Sachen drin. Lazarett auf vier, diese Feuerwache auf drei. Da ist er. Also ich weiß nicht, ähm, ich würde es weglassen. Oh, guck mal, der Baumeister. Boah, die sehen ja sehr, sehr geil aus, oder? Ich weiß, dass ich Ice Cream vor kurzem schon mal gezeigt habe. Also so lange ist das noch nicht her und da haben wir ja schon mal über die Burg gestaunt. Aber guckt euch mal dieses Reiterstandbild an. Ja, sind schöne Sachen. Hat er auch mal hier ein paar, äh, Lottoscheine geholt, damit er die Triumph der Stärke dann bekommen kann. Da wird er wohl einiges reingesteckt haben an Kohle. Aber auch halt hier wieder, ich finde, ähm, zu viele Steinbrüche und zu viele Holzfäller. Ja, auf jeden Fall. Dafür könnte man später mal ordentlich Deko noch reinhauen und das. Ja, aber die Burg sieht toll aus, sag doch mal ehrlich. Ja, ich sag ja, es ist schön angeordnet. Ja, und die, die Gebäude, die sind wirklich schön. Also Empire lässt sich da schon nicht, äh, lumpen, ne? Wenn es um Geld geht, guck dir da mal an. Das sieht wirklich einmalig aus. Ja, sicher. Ist genau wie der Baumeister. Am Anfang ist er sehr interessant, wenn man klein ist. Der hilft einem ein bisschen, die Rohstoffe zu sparen. Wie du immer mit deinen Fingern hier auf meinem Monitor fuchtelst. Aber später eben halt wieder rausgeschmissenes Geld. Das ist, ähm... Ihr müsst euch das so vorstellen. Sein Finger geht gerade hier über dem Baumeister. So, auf meinem Monitor. Und keine Ahnung. Ja, das ist eben halt... Nee, das stimmt. Diese Sachen, so wie dem Baumeister. Die kannst du jetzt auch nicht mehr abreißen, ne? Nee, als wir damals angefangen haben, gab es diese Sachen ja gar nicht. Nee, da gab es weder das Lazarett noch... Ich meine, okay, ne? So ist das nun mal. Empire hat sich im Laufe der Zeit, jetzt wo wir spielen, haben die sich auf jeden Fall, äh, ganz schön viele Sachen einfallen lassen, die man mit echten Geld bezahlt. Und dann nicht wenig, ne? Und ich muss eben halt jedem sagen, der sich den Fest, äh, den, den... Ja. Den Dingsplatz, äh, baut. Den Übungsplatz. Den Übungsplatz baut. Ich hab auch immer so Wort von einem Störner. Also, der bringt später wirklich was, wenn der auf Stufe 3 ist. Ja. Ja, das ist natürlich schade, ne? Der hätte den hier, ähm, guck mal, so viele geile Sachen hier drin und dann den Übungsplatz nicht ausgebaut hast. Also, guck mal, die Stallungen sind hier... Vielleicht sparst du jetzt gerade darauf. Kann sein. Boah, jetzt bin ich aber mal wirklich auf die APs gespannt. Drei Sechser. Und der hier ist schon auf Level 70. Guck mal. Komm schon. Ui, da packst du dir sogar ein paar Festplätzchen rein. Schön. Ja, schöner, ausgebauter Level 70er. Pferdeschweifbanner stehen hier unten. Äh, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber die 70er Mauern, die 5er Mauern, die sind einfach zu episch. Also, die sehen wirklich... Ja, die sind einschüchternd. Oder? Tja, die sollen ja auch was bewirken. Dafür haben sie die ja gemacht. Hier ist ja zum Beispiel wieder gut angelegt. Drei Steinbrüche sind mehr als genug. Mhm. Da würde ich auch nicht mehr mehr bauen. Und sonst ist die eigentlich auch aus der AP schön angelegt. Übersichtlich. Ja, finde ich auch schön. Ich musste gerade mal eben lünkern. Nee, da baust du gerade das Farmhaus hoch. Auf jeden Fall macht ihr den schön, damit du ein paar Soldätchen da drin haben kannst. Da kommt Außenposten Eis. Den wirst du dann bestimmt von den Samurai bekommen haben, hier den Außenposten, wenn der schon Samurai heißt. Aber ich würde meinen Außenposten auch irgendwie nach den Samurais nennen, wenn ich da wäre, weil ich habe auch immer so ein Allianz, ja so ein Nähegefühl irgendwie. Deswegen habe ich auch letztens meine Insel Forever Lord genannt und so weiter. So, der sieht auch wieder sehr schön aus. Der ist auch gut angelegt. Du hast auch eine schöne Fahne, ey. Das braun, das siehst du nicht oft, aber das ist ein schönes braun. Ein schokobraun. Nee, der ist auch gut angelegt. Der hat jetzt, ich würde noch zwei Steinbrüche abreißen. Dafür später vielleicht nochmal ein Deko. Und sonst ist das optimal aufgelegt. Der hat vier Wachhäuser, vier Wohnhäuser für die Kohle. Vielleicht, ja, vielleicht später nochmal zwei abreißen. Dafür auch nochmal ein. Guck mal, weißt du, was ich richtig geil finde? Das erste Mal fahle ich mal nicht so viel. Ich muss dich die ganze Zeit, äh, was heißt, ich muss, ich, ich, äh, verbessere dich die ganze Zeit. Ja, ist ja nicht schlimm. Finde ich gut. Und dann, ähm... Der ist voll genervt gerade. Ich trinke mal einen Schluck. Hat er auch das Optimale rausgeholt. Sollen wir den dritten gucken? Den dritten Gewinner gucken. Eisfisch. Fischmeck. Boah, ich kriege immer so einen Hunger, wenn ihr die so nennt. Ich muss mal kurz was trinken. Ja, okay. Da ist natürlich einige Rubini drin. Das ist dann auch, aber ich würde da auch, ich würde da zwei Steinbrüche abreißen. Dafür auch noch ein Deko bauen, weil das reicht. Später drei Stück. Ja, okay. Die Rubin Häuser. Was sagst du eigentlich zu dem neuen Update vom Wachturm? Puh, ich weiß ich nicht. Das ist auch nur eigentlich wieder eine Geldmacherei. Aber okay, ich hatte meine Wachtürme alle hoch. Die sind automatisch auf fünf gesprungen. Ja? Ja. Aber jetzt für die, die neu bauen, ist das eigentlich wieder nur Rubinausgeberei. Wir hatten früher drei Stufen. Jetzt gibt es, ich weiß nicht wie viele, fünf. Fünf, ja. Fünf Stufen. Und der erste Wachturm bis zur fünf. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Rubin es kostet. Teuer. Weil ich hab's ja alle, aber das ist einfach nur wieder Rubine kaufen. Aber das sieht geil aus hier, ne? Ja, okay, sicher. Die Festplätze ist natürlich optimal, wenn man so viel investieren kann, damit man das Ding voll Festplätze hauen kann. Besser geht es nicht. Und der ist so lieb, der schreibt immer, huu, ley, oder hi, ley, wie geht's dir? Ja, ich würde nur noch eben halt zwei Steinbrüche abreißen, lass drei stehen. Ja, Eis. Kannst du vielleicht noch einen? Vielleicht konnten wir dir ja helfen. Einen Festplatz für mehr Hintenzimmern und dann... Ja. Oder auch nicht. Danke, dass wir deine Burg ansehen durften. Ja, meld dich doch mal wieder. Ja, wir sind durch mit diesem Server hier. Wir haben drei Burgen gezeigt. Warte mal, Floor on the Adventure, Habicht und Eis. Der liebe Cheetah, den können wir ja heute nicht zeigen, aber ich verspreche dir, du bist auf jeden Fall dran. Meld dich doch einfach nochmal. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, dass ich irgendwie, ja, mal irgendwie in eine tote Burg oder so von euch... Ich weiß, das darf man nicht, aber wir machen das schon irgendwann. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wir gehen nämlich jetzt auf einem anderen Server und da zeige ich euch auch noch eine kleine Überraschung. Bis gleich. Willkommen zurück, liebe Imperianer. Willkommen zurück, Amazing Scorpion. Hallo. Ja, wir haben heute hier eine ganz besondere Burg zu zeigen, nämlich von einem, ja, mittlerweile schon befreundeten Imperianer. Wir machen viel zusammen. Wir zocken Minecraft, wir zocken LOL. Wir quatschen viel, wir streiten uns viel, aber wir haben uns auch ganz dolle lieb. Und zwar sind wir hier beim Lars, der Hater. Der Lars ist vor kurzem erst Level 70 geworden. Der ist bei Kühne Krieger, R645. Und ja, der Lars, der hat gesagt, Lay, warum nicht? Ich bin jetzt Level 70 geworden, Burgenfolge 70. Wäre doch mega cool. Ist es. Und jetzt, wow, der Lars, der ist aber ganz schön aktiv. Guck mal, der hat den Dornenschädel. Ja, ja. Boah, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ey. Bei uns auf der Karte haben wir den viele. Ja. Ja, nur wir haben den leider nicht. Ne, wir haben den leider nicht. Weil den gab es nur beim ersten Mal Event bei uns, ne? Da waren wir noch zu klein für. Also da konnten wir nicht, nichts reißen. Ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also warum hat der Lars den dann? Weil so lange wie wir spielte er noch gar nicht. Ich weiß nicht. Oder gab es den vielleicht hier dann mal später? Kann auch sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ne, schön. Da, zweimal hier, der Stolz des Löwen, den hast du auch. Also Dänneburg ist wirklich schön. Ich glaube, die hast du extra für uns so schön gemacht, oder? Thron des Nekromanten steht hier auch sehr schön. Also ist auch wirklich ein sehr aktiver Spieler. Guck mal, da steht nochmal Leopolds Dank. Ja, davon habe ich auch genug umgestellt. Ach, der Stolz des Löwen. Wow. Der ist ja, genau. Und Leopolds Dank. Und der andere war Grimberts Schwur oder irgendwie sowas, ne? Genau, das war der Bär. Genau. Den hat er gar nicht. Ne, den hat er nicht. Wir haben beide drüben. Du hast auch beide. Ich habe auch. Und ja gut, Luan Nolde ist ja jetzt nicht mehr in meinem Besitz, aber die hatte ich auch beide. Boah, guck mal, haben die den Marktplatz verändert? Den habe ich noch nie so gesehen. Sieht geil aus, ne? Ja, kommt immer drauf an, wie die stehen, ne? Ja, stimmt. Ja, Wachturm Stufe 5 auch. Sehr cool. Ja, ein paar, die haben da noch volle Brust. Wo denn? Da hinten. Ich sehe die gar nicht. Ah, da hinten, jo. Da hat er noch ein paar. Boah, dieser Server leckt aber, ey. Dieser Server leckt aber. Oh, guck mal. Oh, da muss ich mich echt anstrengen. Ne, was hast du denn für Außenposten? Oh, guck mal hier. Außenposten Nummer 1. Hör mal, wolltest du nicht einen Außenposten Leilani nennen? Oder größter Fan von Leilani oder so? Habe ich da nicht irgendwie mal so ein paar Engelchen rufen hören? Hat er doch gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Ey, du sollst mir niemand rufen sein. Boah, Lars, was machst du denn hier? Ja, da auch. Da können einige Wachhäuser von weg. Wieso machst du? Guck mal, der hat noch nicht mal... Alter, der ist Level 70 und hat noch nicht mal die Parks in Schlossparks umgewandelt. Ja, der ist wohl auch ein bisschen hier im Stress, weil der muss ja hier auch noch die Türme machen. Ja, aber hallo, hat man da nicht genug Zeit für? Vielleicht nicht die Rohstoffe. Ich weiß nicht, wie seine Allianz drauf ist mit Versorgung. Das kann sein. Nummer 3. Boah, hört ihr da draußen? Die Pfadfinder machen voll Party da. Ich habe auch schon gerade zum Amazing Scorpion gesagt, die Leute, die feiern da unten draußen mit. Ja, hier noch ein paar mehr. Ne, der Lars. Jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Der Lars, der hat mir schon sehr wohl gesagt, dass er im Moment sehr knapp ist mit Rohstoffen. Und ja, dass er deswegen dann halt nicht alles immer so packen kann. Und ich glaube, der kratzt da wirklich dran. Aber da er mich auch ständig disst, habe ich mir gedacht, äh... Die Türme, die fressen natürlich einiges. Aber da auch viel zu viele Wachhäuser. Weg damit. Weg damit. Und Deko rein. Ja. Ruby Dekolas. Infinity. Schön. So, ich glaube, Infinity nenne ich mein Pferd. Ich muss mal eben kurz aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Ich bin ja immer so vergesslich. So. Infinity. Auch der Turm, äh, auch der Außenposten. Guck mal, der baut sich hier noch mehr Wachhäuser rein. Ja, der ist auf der sicheren Seite. Ist so ein Safer. Safety first. Infinity. Ja. Der hat ja noch welche hier gebaut. Ach Gottchen, was ist los da bei dir? Wirst du ständig sabotiert oder was? Also reiß die Dinger wieder ab. Spar den Platz. Na gut, jetzt im Moment braucht er die ja nicht abreißen. Der hat ja noch niemals hier die ganzen Parks und so weit alles stehen. Ja, aber bevor er die höher baut, lass die lieber weg. Na ja, hier hat er auf jeden Fall den, den Übungsplatz, den hat er hoch. Auf zwei. Ja. Ja, und was sollen denn die Steinbrüche hier? Ah, hast du die nur so mal eben noch dahin gesetzt? Ja, ich denke mal, er braucht ja die, ähm. Die Rohstoffe, ja. Die Rohstoffe. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich will mal einmal was gucken. Und zwar, Till I Collapse. Ich wollte mal, ähm, ach nee, kann ich ja noch gar nicht gucken. Ja, schön, Lars. Herzlichen Glückwunsch zu Level 70, mein Lieber. Auch wenn wir uns manchmal kebbeln, ich mag dich sehr, sehr gerne. Ähm, für deine Ehrlichkeit und, ja, genau für dat, dat du mir manchmal einen gegen den Koffer kloppst. Weil oft sind die Leute immer so, oh, Leilani, ich mach Leilani alles recht und so. Und alles, was Leilani sagt, ist toll. Und du bist halt nicht so. Dat find ich richtig cool. Und ich mag die Kebbelei mit dir. Jetzt, da wir ja schon 28 Minuten jetzt haben, wollte ich euch nochmal was ganz Schönes zeigen. Und ich muss euch auch noch was sagen. Ey, lach nicht schon über mich. Wer ist diese Burg hier, von der ich hier aus, äh, erzähle? Und zwar ist der Freiherr King Scorpion natürlich kein anderer als der Amazing Scorpion. Und, äh, er ist stellvertretender König der Allianz Medal of Honor. Und zwar ist es so, dass, ähm, einige von seiner Allianz, ihr seht hier schon ein paar. Ach ja, hast du den schön besiegt? Schon schön. Da oben ist Alex, König von Medal of Honor. Also, ganz, ganz viele aus seiner Allianz von, äh, vom Jetzt-Spielen-Server sind hier rüber gejoint. Und jetzt bitte, Leute, macht kein Theater. Schreibt nicht wieder irgendwas ins Forum. Du weißt ganz genau, dass ich dich meine, ne? Ich nenne jetzt keine Namen. Das ist kein Multi-Accounting. Denn hier, hallo, das ist ein ganz anderer Server als der Server, auf dem die Burg Amazing Scorpion steht. Und, ähm, auch ein ganz anderer Server, auf dem ich meine Burgenfolgen drehe oder meine Let's-Play-Burg stehen hab. Also, bitte, mal ein bisschen drüber nachdenken, ne? Also, wie gesagt, äh, ihr dürft jetzt gerne alle, die auf dem, ähm, Server international einspielen, den Amazing mal ein bisschen zuspammen. Und, äh, ja, etwaige Bündnisse von großen, mächtigen Allianzen werden gern gesehen. Denn diese ganze Allianz, die ihr hier seht, ne? Das sind natürlich immer viele erfahrene Spieler. Und, äh, die haben auf jeden Fall alle schon 70er-Burgen. Und die wissen ganz genau, wie es geht. Und ich sag euch, Leute, die Allianz, die wird noch mächtig wachsen. Ja, wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt da? Ja, wir sind vor, äh, zwei Wochen. Und, ja, gute zwei Wochen sind wir hier alle geploppt. Geploppt. Kannst ja mal aufmachen. Kannst mal kurz reingucken. Ja. Oh mein Gott, da kommen Erinnerungen. Da werden Erinnerungen wach. Oh, ich wollte den machen, aber du hast nicht genug Soldaten. Ja, ich hab die aber alle verloren. Aber das ist nicht schlimm. Es ist ein Krampf. Wolltest du dich wieder mit großen anlegen, wa? Oh. Auch hier habe ich natürlich das Problem mit Rohstoffen. Da wir ja aber alle klein sind. Mhm. Kannst ja mal eben hier drauf gehen. So, das sind eben halt wir. Und wir sind jetzt im Durchschnitt, den haben wir uns dazu geholt, diesen Riccardo. Ja. Der ist Portugiese, der arme Junge. Das ist aber leider ein Problem, wir müssen den rausschmeißen. Nee, der hat, ähm, der war ganz alleine da bei uns in der Ecke. Aber ihr müsst den rausschmeißen. Und dann haben wir ihm halt geholfen und haben ihn aufgenommen. Der in seine drei Außenposten, die haben zu 100% gebrannt. Boah. Dann haben wir ihm nahegelegt, die abzustoßen. Jetzt hat er sich drei neue gemacht. Ja, und wie ihr seht... Wer quatscht denn mit dem? Spricht der Englisch mit dem, oder was? Ja, Englisch ein bisschen, aber sonst machen wir auf Portugiesisch. Wow. Seit wann sprichst du denn Portugiesisch? Ja, wir können alle Sprachen der Welt. Also, jointed diese Allianz. Nee, warum ich euch das zeige. Ja. Ähm, jetzt die Ohrenspitzen. Meine Lieben, ich wurde ja herausgefordert, ja. Ich wurde ja von ein paar Leuten herausgefordert, mir mal eine neue Burg zu machen. Und dann gab es ja so ein paar... Ähm, wie nennt man das? So ein paar Punkte, die ich einzuhalten habe. Und zwar sollte ich auf eine ganz neue Karte gehen. Ich darf in keiner Allianz, die höhere Mitglieder hat als 45. Deswegen sage ich ja, dieser Riccardo, der passt mir jetzt hier gar nicht ins Schema. Denn eigentlich wollte ich in diese Allianz gehen auf dieser Karte. Und, ähm... Man muss sich ja beeilen, weil wir wachsen sehr schnell. Was soll Lattin heißen? Ja. Was soll Lattin heißen? Du würdest mir keinen Platz freihalten? Doch, aber sonst erreichen wir zu schnell die Level. Dann darfst du bei uns auch nicht mehr rein. Achso, meinst du? Soll ich mal für dich Steuern abholen? Boah, wie viele Steuern machst du schon? Achso. Boah, so sechs Stunden hast du die gemacht? Wie lange soll ich die jetzt machen? Nehmen wir mal zehn Minuten. Okay. Ähm, ja, und ich würde dann ganz gerne auf diesen Server hier gehen. Jetzt können einige natürlich wieder sagen, oh, leilai, das ist aber nicht dasselbe. Und, äh... Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich jetzt mit einer Burg irgendwo auf einem Server begeben, wo ich kein Schwein kenne? Leute, dafür spiele ich das Spiel schon viel zu lange. Und ich bin super ehrgeizig. Und ich kann doch nicht auf irgendeinen Server gehen, in eine Walachai, keine Ahnung, so ein... Wie heißen die? Indischen. Indien 6 oder so. Nee, da gehe ich doch ein. Ich brauche doch eine Allianz, wo ich Anschluss finde und so weiter. Und ja, ihr habt nicht gesagt, dass ich nicht in die Allianz meines Mannes joinen darf. Und ist auch nicht so, dass die sich extra die Allianz gemacht haben, nur weil ich diese Aufgabe gestellt bekommen habe. Nicht wahr? Nö, wir wollen mal ein bisschen Action auch für andere Karten machen. Mal gucken, wie die Jungs da so drauf sind. Genau. Ja, ich wollte ja eigentlich, dass die auf unser kommen. Auch hier gibt es schöne Kapitole und Metropolen. Ach so. Na, meinst du ja, kommt da drüben nicht weit, deswegen müsst ihr jetzt auf anderen Servern aufmischen oder was? Ja. Mal gucken. Wir werden es im Auge behalten. Ja, näheres dazu, ja, werden wir auf jeden Fall nochmal ein Video drüber machen. Melde dich doch einfach nochmal bei mir. Ja, derjenige, der mir da die Nachricht geschrieben hat oder es waren mehrere, es waren mehrere, die gesagt haben, hey, mach doch mal irgendwie sowas in der Art und so und ja, mal gucken, ob du wirklich dann auch so stark bist und dein Let's Player Bonus, wenn du den nicht hast. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn ich mir hier meine Burg noch mache, wie lange, meint ihr denn, wird das dauern, bis ich hier auch den Let's Player Bonus habe? Oder soll ich mich nicht Leilani nennen? Aber das geht auch nicht, weil ich, wenn ich davon ja, ähm, wenn ich davon ja Videos drehe, dann, dann merken die Leute ja, wie ich heiße. Ja. Naja, wie gesagt, jetzt erstmal den King Scorpion hier ein bisschen zuspammen. Ich gucke den Angriff rein. Ja, ich gucke gleich mal, der wird schon ganz nervös hier neben mir und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Danke, Amazing Scorpion, du hast das echt gut gemacht. Gefällt dir die Let's Play Arbeit? Ja, nicht so. Okay, meine Lieben, vielen Dank für's Zusehen. Tschüss, die Kowski. Tschüss.